Musik Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer wissenschaftlichen Tagung der Freien Akademie begrüßen. Die diesjährige Tagung befasst sich mit einem grundlegenden Thema des Daseins und Zusammenlebens der Menschen. Sie stellt Kriegen und Krieg im 20. und 21. Jahrhundert in den Mittelpunkt und wird einige wesentliche Ursachen, Konsequenzen und Alternativen erarbeiten. Tatsächlich gibt es für eine im Juli, Anfang August in Deutschland herrschende Kriegseuphorie auch eindeutige Belege in Form von zeitgenössischen Fotos, dokumentarischen Filmaufnahmen, Augenzeugenberichten, chronikalischen Aufzeichnungen und insbesondere natürlich von zeitgenössischen Zeitungsartikeln. Sie alle vermitteln das Bild von begeisterten Volksmassen, die den Beginn des Ersten Weltkriegs auf Straßen und Plätzen regelrecht bejubelten. Viele Einwohner in Deutschland und dem verbündeten Österreich-Ungarn haben demnach offensichtlich den Krieg 1914 herbeigewünscht und die Kriegserklärungen begeistert aufgenommen. Und nicht zuletzt hatte Henry George damals schon die Befürchtung, dass in ungerecht strukturierten Gemeinwesen das Militär ein viel zu großes Gewicht bekommen könnte, um Privilegien nach innen und außen zu schützen. Stehende Flotten und stehende Heere sind dem Geist der Demokratie feindlich. Es sollte unser Stolz sein, wie es unsere Pflicht ist, der Welt zu zeigen, dass die große Republik beide entbehren kann. Wenn man die Realitäten sieht und einen Satz vor weit über 100 Jahren in den USA formuliert, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Also, um da tiefer einzusteigen, fehlt uns, glaube ich, hier die Zeit und die Möglichkeit. Aber ich möchte die Grundgedanken eindeuten. Und Henry George hat in diesem Herbst, im Herbst 2014, den 175. Geburtstag. Und ich hoffe natürlich, dass dann bei Ökonomen und Politikern auch dieses historische Jubiläum ein Anlass sein wird, sich an das Lebenswerk von George wieder stärker zu erinnern. Die Kriege sind all dem Wert. Ich darf anklicken an meinen verehrten Vorredner, der darauf hingewiesen hat, wie viele Kriege nach 1945 stattgefunden haben. Ich möchte nur auf einige wenige hier hinweisen. Korea-Krieg, Vietnam-Krieg, Algerien-Krieg, Bürgerkrieg in Kolumbien noch immer nicht offiziell beendet. Ich war zweimal in Kolumbien in den letzten zwölf Jahren. Ich habe zum Glück vom Krieg dort nichts gemerkt, bis auf eines, dass einmal an der Universität Medellin und am Freitagabend plötzlich ein paar hundert Leute untergebracht werden mussten. Die sind geflohen vor irgendwelden eben Kriegerischen, Bürgerkrieg aus Randersetzung. Der Tschad-Krieg ist heute auch nicht wirklich offiziell beendet. Dann bin ich nicht vergessen, der sogenannte Fußballkrieg 1969 zwischen El Salvador und Honduras. Zwei Wolf-Kriege, der Sechs-Tage-Krieg in Israel, in Ägypten und einige andere arabische Länder, etwa Syrien. Fünf Jugoslawien-Kriegen in den 1990er Jahren. Kongo-Kriege, seit 2000 haben wir Afghanistan, Irak, Syrien, Südsudan. Also, das ist nun eigentlich ein wenig. Ich glaube mir, zu Erinnern, dass es von 200 Kriegen nach Nürnberg ist, wenn es um die erste Kriegde war. Und wir sehen uns immer ein paar Anfängen von Nürnberg. In Nürnberg konnte ich leider nicht bei meinen Verwandten und bei meinen Freunden bleiben, denn die waren sehr arm. Deshalb musste ich mir eine Arbeit suchen. Und ich wurde kühlt damit. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin auf die Fragen gestoßen, was soll denn das mit der Biowaffe bedeuten? Das soll bedeuten, dass ich diese Frage, welche Rolle Kunst spielen kann, wenn es darum geht, wo wir uns für Krieg oder für Frieden entscheiden, aus biologischer Sicht beantworten möchte. Das ist mein Ansatz aus der Sicht der Biologie. Deshalb die Frage, ist es eine biologische Waffe, eine Biowaffe. Als Einstieg habe ich dieses Bild gewählt, der jagenden Löwen aus der Grottschowee. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild schon gesehen haben. Es war spektakulär, als es vor etwa 10 Jahren entdeckt wurde. Diese Höhle ist etwa 35.000 Jahre alt. An der Adesh, wo vielleicht der ein oder andere schon mal Urlaub gemacht hat, genau da, wo dieser schöne Bogen ist, über die Adesh, dort ist auch diese Höhle. Und was dieses Bild sehr schön zeigt, wie gesagt, das ist eine der ältesten Kunstwerke der Menschheit überhaupt, die wir haben. Die Ambivalenz der Kunst zwischen einerseits der Kooperation, Sie sehen dieses Bild sehen, die jagen gemeinsam diese Löwen, andererseits ist natürlich in der Jagd auch ein starkes Potenzial von aggressiven Tränenverschwerden. Was das mit Krieg zu tun hat, da werde ich noch darauf eingehen. Also, wie wirkt denn jetzt Kunst im Sinne von Krieg oder Frieden? Die Antwort der Adesh, wir haben ja diese Konferenz aus Anlass des Beginnens des Ersten Weltkriegs, war hier in dem Punkt relativ eindeutig. Eine ganz starke Desillusionierung. Hülsenbeck, einer der Ghanaisten, schrieb später, wir hatten im Krieg, also im Ersten Weltkrieg herausgefunden, dass Goethe und Schiller und die Schönheit auf Töten und Blutvergießen und Mord hinaus liefen, das war für uns ein furchtbarer Schock. Es gibt, ich kann in jeder Stufe intervenieren. Und muss dann nur sozusagen mit anderen Methoden und mit einer anderen Sensibilität da auch ranholen. Das ist auch wieder die Frage, wie viel traut man sich zu und wie sicher ist man da am Prozess und wie lässt man das dann machen. Dann gibt es Mediatoren, die sagen, es gibt eine Grenze für Mediation, wenn die Hierarchieunterschiede zu groß sind. Kann ich einen Konflikt medieren zwischen einem Angestellten und einem Chef beispielsweise? Ja, kann ich, also wenn die Abhängigkeitsverhältnisse zu groß sind, kann ich dann eigentlich so einen Prozess noch medieren? Können die sich auf Augenhöhe, ist es realistisch, dass sie sich auf Augenhöhe treffen und was miteinander auskennen? Aber auch da gibt es andere Mediatoren, die sagen, im Prinzip spielt auch das keine Rolle, weil auch Macht immer eine sehr relative Frage ist und ob die Frage, wer von wem abhängt und ob der Angestellte jetzt nur von seinem Chef oder der Chef nicht auch maßgeblich von seinem Angestellten abhängt, ist in so Konfliktsituationen, weil wenn sie sozusagen freiwillig da sind und ja ein Interesse an Erklärungen haben, eigentlich egal, weil ich als Mediatoren sozusagen beiden den gleichen Raum gebe. Und in der Regel artikulieren sich Machtunterschiede dadurch, dass der eine dominiert, was sich daran äußert, dass er dem anderen das Wort fällt oder indem er Sachen abtut oder delegitimiert. Und wenn ich da reingehe und sage, okay, alle kriegen den gleichen Raum und ich formuliere auch diese Verhaltensweisen um in was Produktives, dann kann ich auch mit großen Hierarchieunterschieden gut arbeiten. Insbesondere unsere deutsche IPPNW sieht ihren Auftrag darin, Beiträge zur Abschaffung des Kriegs überhaupt zu leisten. Das ist zum Beispiel auch durch Entwicklung einer Bürgerdiplomatie, nicht nur im West-Ost, sondern auch in Nord-Süd-Richtung. So haben wir auch Austausch und wechselseitige Besuche mit iranischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz wichtig, dass wir auf der Ebene eben auch der Konfrontation etwas entgegensetzen. Wir beschäftigen uns auch mit den Folgen des Einsatzes radioaktiver Munition, des sogenannten Depleted Uranium. Das sind also Granaten, die mit abgereichertem Uran, das eben durchaus auch noch strahlungsaktiv ist, gefüllt sind. Unter anderem wurden diese Depleted Uranium-Waffen im Irakkrieg eingesetzt mit offensichtlich ziemlich schlimmen Folgen für die Zivilbevölkerung, die von dieser dauerhaften Strahlung weiter betroffen ist. Und auch in die Jugoslawien? Jugoslawien wohl auch, ja, richtig. Ja, genau. Die Depleted ist auch von der jugoslawischen Regierung noch ziemlich genau untersucht worden. Die sogenannte zivile Nutzung der Atomenergie ist für unsere deutsche IPPNW, das ist eine Besonderheit unserer Sektion, ein weiteres zentrales Thema. Wir dokumentieren die häufig verharmlosen und unterschlagenen langdauernden Gesundheitsschäden durch Atomkraftwerke und tragen zur gesellschaftlichen Debatte um eine verantwortbare Energieversorgung bei. Denn es sind nicht nur die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima, sondern auch im Normalbetrieb der deutschen Atomkraftwerke wird Radioaktivität freigesetzt und ganz abgesehen von der völlig ungelösten Frage des Atomwärms. So hat der große Krieg durch das Überleben oder den Tod damaliger junger Väter eine Nachwirkung hinsichtlich des Grades an Selbsterkenntnis heute lebender. Mein Familienzweig bietet hierfür ein Beispiel aus einem kleinunternehmerisch-handwerklichen Milieu. Möglicherweise können diese generationenübergreifenden Prägungen in musisch-künstlerischen oder wissenschaftlich orientierten Milieus noch erheblich intensiver sein, wenn der junge Vater als Soldat im großen Krieg überlebt haben sollte. Und etwas, was mir sofort aufgefallen ist, man darf die Artikel der damaligen Zeit nicht von einer heutigen Warte aus beurteilen, sondern man muss sie im Rahmen der damalig herrschenden Meinung und Stimmung betrachten. Und diese war in Deutschland zu diesem Zeitpunkt kriegsunterstützend. Ich brauche jetzt mal dieses etwas Neutrale bezeichnen. Denn man verstand ihn als Verteidigungskrieg trotz der Kriegserklärung, die ja durch Deutschland gefolgt war. Ich möchte Ihnen heute etwas näher bringen, einen Hauptgrund für Kriege, nämlich die Tatsache, dass wir bis heute glauben, dass es normal sei, die Erde, die Nationalstaaten zu gliedern. Wir haben zur Zeit etwas weniger als 200 Staaten, aber wir haben Abertausende von Völkern. Und wenn Sie die Begriffserklärung, die Ihnen ja vorliegt, von der Volksgruppe, ein Begriff, der erst nach dem Ersten Weltkrieg entstand, mal anschauen, werden auch die Völker, die keinen eigenen Staat besitzen, als Volksgruppe bezeichnet. Und kommen damit zu einer Einordnung des aggressiven Verhaltens in das Gesamtverhalten von Nebewesen. Wir sprechen in der Verhaltensbiologie vom agonistischen Verhalten. Und dieses agonistische Verhalten umfasst die gesamte Palette des Verhaltens in der Auseinandersetzung mit den Sozialpartnern. Und das bezeichnet ein aggressives, ein territorial, ein Vermeidungs- und ein Fluchtverhalten. Hier sehen Sie also schon die Komplexität. Und außerdem werden Übergänge zwischen diesen Verhaltensformen dadurch gekennzeichnet. Cäsars implizite These lautet also, das Abschlachten von einer Million Galliern ist gerechtfertigt, weil der römische Staat den Unterworfenen ein besseres Leben garantieren kann. Krieg ist gerechtfertigt, weil er ein Mittel zur Verbesserung der Lebensbedingungen nachfolgender Generationen ist. Die gallischen Stämme werden durch Krieg auf die Zivilisationsstufe des Imperiums um allem gehoben. Die Vermehrung von Wohlstand und Sicherheit ist also das Resultat von Massenmord. Krieg als Massenmord ist dann der Motor des zivilisatorischen Fortschritts. Krieg ist die notwendige Bedingung des zivilisatorischen Fortschritts in der Geschichte. Und genau diese implizite These Cäsars, eines Täters, hat sozusagen der Theoretiker Morris für so einen Stanford für Geschichte in seinem Buch Krieg, wozu er gut ist, im letzten Jahr auf Deutsch erschienen, explizit zu begründen versucht. Ich spreche heute über Gewaltfreiheit als Grundlage des Weltfriedens. Krieg bringt Leid und Tod und er ist eine Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Interessen. Friedfertigkeit beruht auf der Maxime des gewaltlosen Interessenausgleichs. Wie können wir diese erreichen? Indem wir die Einstellung der Einzelnen zur Anwendung von Gewalt finden können. Gewaltfreiheit ist getragen von der Maxime der gewaltlosen Interaktion. Vielen Dank. Musik Musik Musik